Lehrplan 21 Der Lehrplan 21 ist ein Zusammenschluss verschiedener Kantone, damit sie ein ähnliches oder gleiches Schulsystem verfolgen. Die Ziele des Lehrplan 21 sind Teilhabe und Mitwirkung in der Gesellschaft und der Kultur, im beruflichen sowie im politischen Bereich. Der Schulalltag sowie schulisches Lernen sollen mehr selbstständig bewältigt werden und eigene Ziele und Interessen sollen somit besser verfolgt werden können. Der Lehrplan 21 fordert des Weiteren, dass die Entwicklung der eigenen Meinung der Minderjährigen besser gefördert wird. Die Selbstverantwortung soll auch mehr übernommen werden können. Der Lehrplan 21 soll es weiteren produktivere Arbeitsbewältigung verstärken und eigene Entscheidungen sollen somit leichter getroffen werden. Das Ziel des Lehrplans 21 ist, den Schülerinnen und Schülern eine bessere Selbstverwirklichung und besseres Selbstvertrauen zu vermitteln und die Stärken sowie die Selbstständigkeit stetig zu verbessern und somit in die freie Berufswelt zu entlassen. Das Ziel des Lehrplans 21 ist, den Schülerinnen und Schülern und Schülern und Schülern